So Leute, willkommen zu einem Video von mir von GOOGLP und heute geht es darum, das Gewinnspiel endlich aufzulösen. Das heißt, wir haben hier so viele Kommentare gehalten. Vielen, vielen Dank dafür, für den ganzen tollen Support, die ganzen tollen Kommentare. Und ich würde euch jetzt in WopiLive die zwei Gewinner auslosen, das heißt Gewinnspiel 1 war ja einrichtet von mir, von uns besser gesagt, WopiLive einmal for free geschenkt. Ja, und das zweite Gewinnspiel, jemals kann man uns live ein Video drehen. Ja, und die zwei Gewinner habe ich heute jetzt hier ausgelost, ich sage, springen wir jetzt einfach direkt mal rein und viel Spaß im Video, Leute, bis gleich. Leute, es geht los, jetzt werden wir einmal Gewinner hier endlich mal auflösen und zeigen, wer gewonnen hat. Und schaut mal, ich habe jetzt hier, ihr seht schon, das habe ich immer die Kamera unten rechts gehabt, da war sie unten immer so ein bisschen genau. Und jetzt habe ich schon eingestellt, dass ich immer so eine große Kamera habe und eine kleinere. Ich hoffe, es gefällt euch gut. Kommt immer so ein smoother Übergang und dann sehen wir uns hier einmal. Ich glaube, es ist besser, dass wenn die Kamera unten links ist, unten rechts. Ich finde es oben links ein bisschen cooler für euch und lasst es direkt mal los starten. Und starten WopiLive, Leute. Let's go. So, Leute, wie gesagt, also ich habe alles hier ganz, ganz entspannt zufällig ausgewählt, irgendjemandem zu bevorzugen. Ja, also wirklich alles super fair play. Und für alle, die nicht gewonnen haben, seid nicht traurig. Ihr werdet auf jeden Fall noch weitere Gewinnspiele folgen. Bin ich ganz fast überzeugt, je mehr Abus wir bekommen, desto mehr Gewinnspiele werde ich auch veranstalten. Und wir Tinguistrie gegen. Das heißt, bevor ich das Gewinnspiel auflöse, würde ich erst mal gerne noch meine Pläne besprechen für die kommenden Wochen, Monate. Damit ihr wisst, was ja Google ja alles so macht. Das heißt, Bliebgutmann rundherum würde ich sagen, laufen wir ein bisschen. Genauso, ich habe mir vorgestellt, also wir machen auf jeden Fall, habe ich heute schon mal einen Discord-Chat geschrieben. Das heißt, jeder, der bei uns noch nicht im Discord-Zauber mit drauf ist, kommt auf jeden Fall im Discord-Zauber mit drauf. Ich habe euch den Link unkomplett einmal verlinkt. Folgt mir bitte auch auf Twitch, mit der, wo ich auch ein besseres Streamerlebnis habe, wir auf jeden Fall öfters nochmal streamen. Das heißt für euch, meine Pläne waren jetzt, dass ich für euch wirklich Montag, Mittwoch und Freitag ein Video lade. Das heißt, um 11 Uhr wird es um eine Upload-Zeit jetzt sein. Habt ihr euch auch gewünscht, laut der Umfrage, finde ich auch persönlich mit am besten. Und ich werde versuchen, Samstag oder, oder beide Tage, Samstag und Sonntag, wirklich ein Video hochzuladen, damit ihr wirklich ganz viel Support von uns bekommt und viel Videomaterial. Und dazu noch Livestreams. Das heißt, die Livestreams werde ich erstmal so auf abends mehr verlangen. Sie haben mal so Start ab 18.30 Uhr und so weiter. Aber vorher geht es einfach nicht. Oh, ich habe mal wirklich Zeit dafür. Macht ihr gerne mal vormittags. Ansonsten, 3-Mitwochen-Video plus Wochenende ist mit dabei. Und Streams. Ich glaube, da haben wir erstmal reichlich, ja, Support und für euch was zum Gucken mit vorbereitet. Und wichtig, ich werde ab heute auch Sushi Media ein bisschen boosten. Das heißt, ich werde jetzt auch mehr auf Instagram jetzt raufgehen. Ich werde mir auf Instagram auch, sag ich mal, Bilder hochladen und sowas. Wird ja auch ein bisschen mehr von mir privat ein bisschen kennenlernen. Ist auch nicht ganz interessant, dass ihr mal so ein bisschen näher seid. Und natürlich, heute im Video, das ist heute da. Wir machen das Gewinnspiel. Ja, und dazu würde ich sagen, gehen wir kurz mal zu Warabend Games. Hui. Genau, ich habe jetzt so gebaut, weil sonst war ich vielleicht unten mit meiner Kamera. Das habe ich mir so einen kleinen Rahmen oben gebaut, ja. Und ein kleines Bild dazu. Ich glaube, da könnt ihr mich einfach besser im Video sehen und sieht ein bisschen cooler aus. Und das heißt, wir starten jetzt durch und würden jetzt den Gewinner aus. Das heißt, Gewinnspiel 1 war ja Einrich von mir, Woppelife geschenkt. Und Gewinn Nummer 2 war, jemand kann benutzt ein Video machen. Super wichtig, ja. So, jetzt gehen wir kurz nach oben und schauen mal an, wer hier gewonnen hat. Wer der glückliche Gewinner ist und Gewinnerin. Gucken wir mal. Genau, drücke den tollen Knopf, wir los. Genau, Leute, die Frage kommt schon öfters aus. Ey, Goku, wo bekommt man so ein cooles Hai-Outfit her und die Hai-Flosse? Den könnt ihr euch ganz einfach in den Shop kaufen. Genau, das zeige ich euch gleich. Ihr müsst einfach in den Shop gehen, euch das einmal kaufen. Das ist ganz simpel. Also müsst ihr kein Zoolkit machen. Kann man alles mitmachen. So, und Leute, ich würde sagen, wir lösen jetzt einmal die Gewinner aus. Das heißt, ich stelle mich mal hier auf unseren kleinen Bildschirm. Genau, wir machen jetzt Gewinnspiel Nummer 1. Ja, das heißt, Leute, Gewinnspiel Nummer 1 war Werking von uns Woppelife geschenkt. Das war das Gewinnspiel Nummer 1. Und das löse ich jetzt hier mit auf. Das heißt, Gewinnspiel Nummer 1 bekommt von uns Irene Radtke. Also vielen, vielen Dank für die Teilnahme. Ich schenke dir wieder Woppelife. Das heißt, ich würde dich auch bitten, mich einfach zu kontaktieren. Schreibt mir einfach einen Kommentar unten unter das Video, wie ich am besten kontaktieren darf. Bis eine E-Mail-Adresse oder sowas oder den Steam-Account. Und über den Steam-Account würde ich dir einfach dann Woppelife einmal schenken, wie ich auch versprochen habe. Ich schenke dir, ich kaufe das für dich und würde es dir jetzt im Geschenk übertragen. Das kann man ja machen. Dann ist das dazu, wo ich dann ein Hashtag oder deine Datenrumme drin. Schreibt mir in die Kommentare, das machen wir gerne für E-Mail aus. Und dann habe ich auf jeden Fall für dich Woppelife gekauft. Ich hoffe, du freust dich darüber ganz doll und kannst jetzt endlich Woppelife mit dem Zocken und alle Secrets lösen. Ich hoffe, du freust dich darüber. Schreibe in die Kommentare, ihr in der Radke, wie du das hier findest. Freut mich sehr. Cool. Genau. Das geben wir schon mal eins. Das heißt, Leute, wir haben jetzt einen Gewinner gezogen, der von mir Woppelife geschenkt bekommt. Es waren, glaube ich, nicht ganz so viele, aber ja, meistens haben wir schon Woppelife mit am Start von daher sehr, sehr cool. Und umso wichtiger, ich glaube, viele, viele wünschen euch, mit mir ein Video zu drehen. Ich kann leider nur einen auswählen. Aber habt mir überlegt, da es alle anscheinend cool findet, mit mir ein Video zu drehen, würde ich auf jeden Fall, dass auch die kommenden Videos mitmachen. Das heißt, wenn ich mehr Abonnenten jetzt erreiche in den kommenden Monaten, Jahren, werde ich öfters mal sowas verlosen, dass wir zusammen einfach ein Video abdrehen können, dass auch versucht, jeder mit ranzukommen. Und manchmal bin ich fertig und machen jetzt Gewinnspiel 2 für euch. Das Gewinnspiel 2 ist der glückliche Gewinner. Haben wir am Start. Wir haben... Ninja Luki. Ninja Luki, vielen, vielen Dank für die Anteilnahme. Auch du bist toll und der glückliche Gewinner. Viel, viel Spaß damit. Das heißt, auch du schreibst bitte einen Kommentar unten in das Video mit rein. Lass uns über Discord oder auch gerne über andere Sachen schreiben wir uns am besten einmal machen. Ja, das heißt, wir machen das so. Videoidee war von mir, dass wir einfach... Du hast ja schon eine gute Idee geschrieben. Und Marathon hast du reingeschrieben, dass wir verschiedene Szenarien machen. Irgendwie Autofahren, dann irgendwie Bootfahren. So, das war so ein kleinen Marathon machen. Finde ich cool. Es freut mich echt, dass du mit dabei bist. Vielen Dank. Und auch allen anderen Filmen. Vielen Dank, Leute, dass ihr so schöne Vorschläge uns einmal getippt habt. Ihr müsst vorschlagen, ob ihr über 100 Kommentare habt. Ich bin auf die Liste und runtergegangen einfach mit den Fingern getippt und zack. Da habe ich einen ausgewählt wie Irene und einmal Ninja. Von daher, ihr seid die beiden durch Gewinner. Viel, viel Spaß damit. Und ich würde sagen, ich gehe noch ein bisschen arbeiten. Ganz kurz, um das Video nochmal ganz cool zu beenden. Mal kurz respawn. Genau, das würde ich noch ein bisschen arbeiten gehen. Ich brauche noch ein bisschen Geld hier. Und ja, das heißt, ich würde auf jeden Fall euch die kommenden Woche, Monate mit Wobblev versorgen. Wie gesagt, Update kommt am 10. August eventuell raus. So wurde es in den Wobbly Discord-Chat, sag ich mal, ja, publiziert. So, lasst mal kurz hier den Menschen. Derweil kommt ein bisschen quatschen, Leute. Das heißt, Leute, ich habe eine Menge für euch geplant. Also, Minecraft ist schon jetzt in den Startlöchern. Also, ich habe jetzt schon versucht, den eigenen Server zu erstellen, mit wie wir auch wirklich zu meinem Minecraft zocken können. Ich habe den Epombus auf jeden Fall. Und sobald neue Updates von Wobblev rauskommen, werden wir neue Updates euch posten. Ich poste euch alle Secrets mit am Start, die es gibt. Das heißt, auf unseren Channel finden wir die aktuellen Wobblev-Secrets und aktuell lustige Videos. Ich habe ja schon ein, zwei Storys jetzt vielleicht gestellt. Das heißt, Storys kommen auch von uns mit dazu. Ja, das heißt, wenn wir keine Updates kommen, würde ich so ein paar Storys mit posten. Und dann bekommt ihr auch ein neues Futter an Sachen Wobblev. Und bin auf ihre Reaktion gespannt. Eine Story habe ich schon gemacht, kann ich schon mal verlinken, oben im Infobutton. Da könnt ihr kurz mal gucken, da habe ich schon mal eine gemacht. Die hat das ziemlich cool angekommen, glaube ich. Die war ziemlich witzig. Und sowas in der Art würde ich gerne nochmal machen. Ich muss jetzt konzentrieren, ja, diesen Menschen zu retten, diesen Wobbli. Oh, Go-Kart-Unfall, alles klar. Das ist nicht gesund, mein Freund. Immer anschneiden. Leute, und ihr habt mir auch geschrieben, ähm, ja, es gibt noch ein Dino-Ei. Habe ich auch gesehen, aber das kann ich mir ein Dino-Ei machen. Habt ihr da irgendein Secret gelöst? Gibt es da ein Secret? Weil ich glaube, das gibt es zwar. Aber, ähm, man kann damit noch nichts anstellen, habe ich das Gefühl. Also irgendwie ist es noch ein bisschen verbuggt. Also, wenn ihr noch ein Secret kennt, weil ich vergessen habe zu posten, dann haut es mir in die Kommentare mit rein. Schreibt mir per Discord, würde ich mich super freuen. Und dann können wir gerne nochmal ein neues Video abdrehen, ganz klar. Oh man, er hat 180 gemacht. Sehr nice. Andererseits, Leute, schreibt mir in den Kommentar. Findet meiner, also das Video mit der Facecam. Ist das cool für euch so? Habt da Verbesserungsvorschläge? Ich finde es eigentlich ganz nice so. Weil sonst war ich immer so unten rechts, so links, so ganz klein, ohne Bildschirm. Einfach mit einem kleinen Greenscreen ausgeblendet. Das habe ich so einen kleinen Bildhintergrund gemacht. Und habe hier auf jeden Fall ein bisschen Spielerei gemacht, damit ihr euch einfach besser seht. Ich hoffe, das gefällt euch so. Schreibt mir in den Kommentar, ob es euch auch gefällt. Würde mich echt freuen. Bevor wir auch da nochmal einen guten Videocontent leisten. So. Wir gehen mir erst mal kurz in mein Krankenhaus ab. Wie gesagt, Gewinner, Leute. Also einmal Irene Radke und Ninja Loki. Schreibt es bitte unten in die Kommentare nochmal rein, wie wir am besten in Kontakt treten dürfen. Am besten per Discord oder per Kommentar oder per E-Mail-Adresse. Kein Problem. Da können wir gerne ohne quatschen. Und ja. Und ich werde das Video auch dazu machen, wie ich da live Irene, sag ich mal, Woppy live schenke. Und ich würde sagen, vielleicht können wir auch eine kleine Runde zusammenzocken. Dass wir einfach mal zusammen in den ersten Starten Woppy live machen. Vielleicht führen wir einen kleinen Termin, dass wir das zusammen machen. Würde ich ziemlich cool finden. So. Und ansonsten Ninja Loki. Wie gesagt, wir werden uns auch verabreden. Für ein Video mit Ninja Pommes zusammen. Das zusammen Video einmal abdrehen. Wie versprochen. Machen wir das auch natürlich. Und freue mich schon sehr darauf. Ja, sehr nice. So. 50 Dollar Cash. Leute, nochmal vielen, vielen Dank nochmal für eure 50 Dollar. Also für auch die ganzen Geldspenden von euch. Heißt ihr, euch habe ich über 10.000 Woppy Dollar. Also super nice. Vielen, vielen Dank nochmal. Ihr seid echt eine geile Truppe. Finde ich super geil. Und ja, Leute. Ansonsten, wie gesagt. Wir planen so einiges. Das heißt, wie gesagt, zusammengefasst. Gewinne haben wir für unseren ganz tollen, sag ich mal, Live-Verlosung. Irene Ratgekrieg von mir. Woppy live for free geschenkt. Ninja Loki. Wir machen zusammen das Video mit Ninja Pommes zusammen, wenn der Bock hat. Und machen den Marathon. Eine coole Idee. Ich würde sagen, machen wir vielleicht so einen kleinen Zeitstopp. Das heißt, wir stoppen die Zeit. Starten die Zeit. Jeder läuft einzeln und zusammen. Mal gucken, wie wir es am besten machen. Das werden wir uns so einfallen. Ansonsten, Leute, wir haben auf jeden Fall eine Menge hier auf dem Content geplant. Woppy live bleibt unser Fokus. Minecraft. Natürlich auch noch andere Spiele aktuell mal gespielt. Vielleicht hat es ja ein oder andere gesehen. Valorant habe ich gezockt. Das ist also ein kleines E-Gestudel-Game ab 16 Jahren wohl mehr. Das heißt, ja, der 16 ist und gerne mitgucken will. Kann das gerne mitgucken, weil ich finde das Spiel ziemlich nice. Und ansonsten werden bestimmt noch viele andere Spiele bekommen. Bin ich mir ganz sicher. Und lasst uns einfach hier einen geilen Content kreieren. Leute, ansonsten zum Schluss mal eine kleine Rutsche, würde ich sagen. Und Leute, für alle, die große... Okay. Für alle, die große Fans von uns sind. Das heißt, alle Secrets, ja. Alles, was überhaupt live betrifft. Habt ihr unseren Content hier. Habe ich vielleicht nochmal, wenn ihr wollt, die wichtigen Secrets nochmal unten verlinkt. Und dann nochmal oben in den Infobutton nochmal mit reingehauen. Und habt da alles auf einen Blick. Ansonsten wieder coole Video-Idee. Na, wir in den verlosenen Kommentaren. Goku, mach mal das. Nenepomis, mach mal das. Sehr gerne her damit. Bin ich sehr gerne offen dafür. Ansonsten nochmal zusammengefasst. Fokus, Wopi Live, Roblox, Valorant, Minecraft auf jeden Fall mit dazu. Wollte eigentlich auch Knockout City zocken. Weil irgendwie ist das Spiel nicht so gut angekommen. Also ich finde das irgendwie nicht mehr ganz so cool. Hab das leider gekauft. Aber irgendwie, ja, ist nicht ganz so lustig. Aber guck mal, ich würde es noch ein bisschen besser. Schauen wir mal. Genau, einmal rutschen wir zum Schluss, Leute. Ich würde sagen, fahren wir noch eine ganz kleine Runde Karussell noch zusammen. Dann werde ich euch noch ein paar Sachen noch kurz erzählen. Und dann geht es los. Wir sagen, bis gleich auf den Karussell. So, dann sind wir wieder da im Karussell. Das heißt, also wie gesagt, wir machen alles dafür, dass der Content, ihr wirklich viele Videos habt. Drami-Wochen-Video, Montag, Mittwoch, Freitag, plus Wochenende, Samstag oder Sonntag oder sogar beide Tage. Je nachdem, wie man Zeit natürlich auch ausreicht. Weil ich euch mit Videos versorgen auch natürlich auch Livestreams. Wir werden hier wieder Roblox machen, Woppe Live. Vielleicht noch, weil Leute eine Runde, wer Bock hat, hat das letzte Mal schon mal gemacht. Auf jeden Fall seid dabei. Bei den Livestreams würde ich mich super, super freuen. Ansonsten, wie gesagt, Instagram. Da würde ich so, ich sag mal, ja, ein paar private Sachen posten. Das heißt, Gaming kennt die, glaube ich, alle schon. Aber ich werde auf jeden Fall so ein bisschen, was ich esse oder was ich am Tag mache oder ein Selfie von mir. Das ist einfach so ein bisschen mehr, ich werde es gucken, wer ein bisschen mehr kennenlernt. Ansonsten, Leute, bleibt uns treu. Teilt gerne so ein Video so weiter, Woppe Live. Das würde mich super, mega freuen. Habe ich schon mega viel erreicht. Ich hätte nie erwartet, dass wir so einen Zuwachs an Abonnenten bekommen. Weil es echt nice, dass es so eine tolle Mannschaft hier ist und echt eine coole Truppe. Und freue mich wirklich für weiter und Support, Leute. Vielen, vielen Dank für alles. Ich sage, bis zum nächsten Mal, haut da rein, ja. Das heißt, grüßet die draußen, alle, die ihr mit supporten. Herzen natürlich, wir um Leistung und natürlich nochmal das Frohly Symbol. Leute, vielen Dank für alle, ihr seid einfach die Beste. Wir haben jetzt schon fast 3000 Abonnenten. Wir haben jetzt hier, glaube ich, krass 2903 Abonnenten, haben die gerade auf den Schirm. Also richtig nice. Und ich hoffe, die Gewinnlosen haben euch gefallen. Wenn euch so ein Gewinnspiel gefallen, dann lasst mal einen Daumen nach oben. Dann schreibt es in den Kommentaren mit rein. Ey, Gugu, wir würden gerne mehr Gewinnspiele von dir haben. Sehr gerne, mache ich dann auf jeden Fall. Lasst mal ein Like, damit ich weiß, hey, es gefällt euch mal eine Idee. Und das Video natürlich auch bitte dazu. Dann bis zum nächsten Mal, Leute. Haut da rein. Ciao, ciao. Auch vergesse ich ein Abo und Like zu lassen. Ganz wichtig, Abo und Like. Ciao.